Encounter-Time! Ja, fangen wir mit dem Spiel an! Ew, mein Vibrator vibriert. Warte, was? Nein! Sorry! Mein Controller vibriert! Günther ist schon ein echt hübsches Pferd, ne? Ja, aber, ähm... Weinflügel! Ich bin wunderschön! Fuck! Jetzt kriegst du auf die Schnauze! Woah! Okay, oder? Ich krieg auf die Schnauze! Woah! Ich hoffe einfach mal darauf, dass ich jetzt nicht sterbe. Oh! Mann, bei mir immer so mit Ankündigung! Ich hasse das! Woah! Nein! Nein! Du Monster! Nein! Nein! Oh, du f***! Spritz mich an, Baby! Oh! Boah! Woah! Oh, mein Pferd brennt! Oh, f***ing hell! Ah, mein Pferd brennt wieder! Yeah, der Bullshit, der kommt... Der kam ja jetzt... Jetzt! Ich hab noch 33... Ich hab 33 Versuche das hier zu schaffen! Ich hab noch 33. What? Geschafft. Holy shit. Nein, nein, Junge, bist du... Oi, 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 bring ich dir die Eier vorbei. Dafür... Ah, ah! Ah! Oh, ich glaub, das fällt jetzt ganz runter. Ah! 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 What? Voll schmierig. Ah! Was? Ah! 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 Good bye, moon man, we say good bye, ganz genau zählen, mein kleiner Adler, mein kleiner Freund, der Elfer, mein kleiner Gefährte auf meinem Weg, oh, oh Gott. Warte, was, komm rein, ich meinte, komm raus, Alter, ne, ernsthaft, ich hab, ich, das war wirklich nicht extra, ich wollte das nicht so sagen, scheiße, wir haben es geschafft, okay. Das alles wurde dir präsentiert von Jinjas Dreams auf Twitch, kommen Sie doch mal besuchen.